Du kannst nicht gegen sie kämpfen. Sie schießt dich nieder, wie Hunde. Du musst ausmachen, ja? Nein. Dass sie dich niemals wieder sieht. Mich interessiert die Bewegung der Leute. Da sind natürlich klare Parallelen zu unserer Zeit. Viele Menschen machen sich auf den Weg, verlassen ihre Heimat. Aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist der erste Roman, der über eine von Menschen gemachte Klimakatastrophe reflektiert. Und da habe ich große Parallelen gesehen. Natürlich auch zur heutigen Zeit. Außerdem interessiert mich amerikanische Literatur auch. Ich habe angefangen Steinbeck auch so für mich zu entdecken. Und überhaupt, diese Zeit der großen Depressionen in Amerika ist ein spannendes Thema. Und ist ein Thema, wo sich unsere Zeit auch nochmal drin spiegelt. An Steinbeck interessiert mich natürlich die Wahl seiner Themen, aber auch vor allem seiner Figuren. Die Figuren, die er erzählt. Das sind Leute am unteren Rand der Gesellschaft. Leute, die auf eine Art unsichtbar sind. Leute, die in prekären Verhältnissen leben. Natürlich nicht nur, aber vor allem auch die. Es gibt ja auch diesen schönen Roman, die Straße der Ölsardinen, wo es auch genau um solche Leute geht. Und mich interessiert eben auch seine Sprache. Ich finde, er hat eine ganz tolle Sprache, die sich auch sehr gut für die Bühne eignet. Das ist super, das ist klasse. Dass ich ohne eine Fassung zur Probe komme, nur mit dem Roman, hängt damit zusammen, dass ich immer... Also ich streiche mir natürlich schon Texte an vorher, die ich interessant finde. Aber ich habe immer Angst, dass wenn man mit einer fertigen Fassung kommt, dass man... Erstmal muss man schon alles vorher wissen und im Kopf haben. Und dass ich... Ich entwickle eigentlich alles auf der Probe und sehe auch da erst die Möglichkeiten. Und ich habe auch Angst, dass man dann Sachen einfach... Dass man sich Chancen vergibt. Und außerdem ist es natürlich auch ein bisschen meine Schule so. Ich habe ja selber als Schauspieler ganz, ganz viele Jahre mit Frank Kastorf gearbeitet. Und da haben wir es eigentlich auch immer so gemacht. Wir haben den Roman durchforstet und bearbeitet eigentlich wie ein Bildhauer, der aus einem großen Stück Granit eine Skulptur schlägt. Ich habe vor allem neue Schauspieler entdeckt. Ich kannte ja die meisten Schauspieler, kannte ich gar nicht. Aber ich habe den Autor auch entdeckt nochmal für mich, vor allem in der Vorbereitung. Ich habe viel von Steinbeck gelesen. Aber für mich ist vor allem immer die Begegnung mit den Schauspielern und Schauspielerinnen interessant. Weil ich wirklich davon fasziniert bin und mich jedes Mal darüber freue, wie viele tolle Persönlichkeiten so an den Theatern arbeiten. Und wie viele Leute man da trifft, die so toll sind in dem, was sie machen und wie sie denken und so einzigartig. Und eigentlich kennt man immer nur so eine Handvoll. Und die Leute, die nicht ins Theater gehen, kennen nur die Leute aus dem Fernsehen oder aus dem Kino oder so. Aber wir haben da ganz viele tolle Leute in Deutschland. Ich würde schon sagen, dass wir teilweise sehr episch auch arbeiten, dass es eine sehr epische Herangehensweise ist. Episch bedeutet für mich eine wesentlich größere Klarheit in der Erzählung und in dem, was man sieht auf der Bühne. Also, dass man sich viel stärker über Inhalte definiert und austauscht auf der Bühne als über Zuständigkeiten, Befindlichkeiten. Das bedeutet für mich das Epische, also schon auch eine Form der Dringlichkeit. Wenn ich auf das Epische zurückgreife oder das Epische benutze, dann heißt das für mich auch, dass es für mich ein ganz dringliches Thema ist. Ich empfände es auch auf eine gewisse Weise obszön, sich diesem Leid so anzunähern, indem man es so, also diesem Leid, was in dem Roman beschrieben wird, wenn man das so auf der Bühne jetzt hier vorgeben würde, das auch zu empfinden und zu durchleben, so zu reenacten sozusagen. Und dann wieder, wenn man nach Hause geht, in seine warme Wohnung nach der Vorstellung. Deswegen sind mir eben SpielerInnen mit einer Haltung dazu, zu dem Thema, zu diesen Fragen. Das ist mir vor allem wichtig, das zu sehen und zu erleben auch. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, damit umzugehen. Das, was in dem Roman auch steckt, was ja das Tolle ist, ist, dass er die Verhältnisse so auseinander nimmt, dass er das so seziert und so sichtbar macht, die ganzen Ketten im Prinzip des Kapitalismus sozusagen, die in diese Armut bei diesen Leuten auch führen. Und das, was er im Roman schafft, so sichtbar zu machen, das finde ich eben toll, wenn man das hier auch schafft. Deswegen sage ich auch ganz oft zu den SpielerInnen, jetzt nicht die Texte erfüllen oder sowas, oder wir müssen kein Milieu spielen, wir müssen uns nicht auf das Milieu und die Atmosphäre konzentrieren, sondern auf das Sezieren der Gedanken, dass man das verstehen kann. Vielen Dank.